Die Festung wurde errichtet und der Wächter ist im Dienst. Seine Aufgabe ist es den Nachwuchs während der Baltik beginnenden Belagerung, um jeden Preis zu schützen. Dies ist das Revier des männlichen Ochsenfrosches, dem größten, bekanntesten Frosch in Afrika. Hier liegt sein Nachwuchs, der bis zu viertausende Eier umfassen kann. Und nicht alle von ihnen werden erwachsen, aber die Eltern werden alles tun, um sie zu beschützen. Und wenn ich sage alles, dann meine ich buchstäblich alles. Der Ochsenfrosch hat viele Fähigkeiten, um seine Kinder zu beschützen. Wenn das Tier ein bestimmtes Territorium besetzt, dann lässt es niemanden mehr dorthin. Die erste Verteidigungslinie ist ein ernsthaftes Schreien. Das heißt, das erste, was der Ochsenfrosch tut, ist sehr laut zu schreien. Das Geräusch ist so durchdringend, dass es den Eindringling nicht nur betäubt, sondern auch zu einem Rückzug zwingt. Es scheint, als ob Kühe, Stiere, Rehe, Hunde und auch andere Tiere sofort versuchen zu fliehen, wenn sie diesen fiesen Schrei hören. Doch dieser Schrei ist nur der Anfang. Es ist sozusagen eine Warnung, Warnschüsse in die Luft. Der eigentliche Kampf beginnt später. Siehst du diese Schlange? Sie hat ganz klar die Absichten, diese hilflosen Kaulquappen zu fressen. Aber der männliche Ochsenfrosch ist auf alles gefasst. Dieser Kampf wird legendär sein. Doch ziemlich schnell wird klar, dass die Schlange den Wink verstanden hat. Richtig, dieses Territorium gehört dem besten Papa der Welt und ein großartiger Kämpfer ist dennoch dazu. Ein Schlag reicht aus, um den Feind zu vertreiben. Aber das ist nicht immer der Fall. Oh, keine Sorge, der Ochsenfrosch hat ein ziemlich großes Arsenal. Wenn eklige Geräusche und Aggressionen nicht funktionieren und es keinen Sinn macht, sich aufzuplustern, kommt das Gift zur Hilfe. Wie viele andere Frosch- und Krötenarten verteidigen sich Ochsenfrösche gegen Fressfeinde, indem sie aus speziellen Drüsen hinter ihren Ohren Gift absondern. Das macht Frösche zu einem absolut abstoßenden Abendessen für Raubtiere. Aber was tust du, wenn sie gar nicht hinter dir her sind? Du kannst dich ja nicht einfach dem Raubtier nähern und Nein sagen. Du musst ihnen schon zeigen, mit wem er sich anlegt. Und schon geht die aggressive Amphibie in den Berserker-Modus über und all ihre Fähigkeiten werden zehnmal stärker. Nur gut, dass diese Tiere auch beißen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Froscharten haben Ochsenfrösche wirklich kräftige Kiefer, mit denen sie Nagetiere, kleinere Eidechsen, Schlangen oder auch andere Frösche, so wie Skorpione, Fledermäuse und Würmer fressen können. Kurz gesagt, alles, was in Reichweite ist und keine Zeit mehr zum Fliehen hat, wird der Ochsenfrosch wahrscheinlich zu einer Beute erlegen. Außerdem befinden sich vorne am Unterkiefer drei große zahnähnliche Wucherungen, die die Wirkung des Bisses nur noch verstärken. Wenn man noch das Revierverhalten der Männchen und ihr Bestreben, ihren Nachwuchs um jeden Preis vor allen Tieren zu schützen, hinzunimmt, versteht man, warum die meisten Tiere versuchen, sich von diesen Viechern so weit wie möglich fernzuhalten. Und wenn du denkst, dass der Biss von einem Frosch nicht furchteinflößend genug ist, dann hast du einfach Glück, dass dich noch nie einer gebissen hat. Aber seien wir mal ehrlich, laut, stark und bissig zu sein, reicht nicht aus, um den Nachwuchs gegen alle Gefahren der Wildnis zu verteidigen. Und weißt du was? Die Ochsenfrösche verstehen das sehr gut und haben deshalb auch ihren Intellekt verbessert. Meistens bringen sie ihren Nachwuchs in flachen Tümpeln zur Welt, aber solche Orte haben nicht ewig Wasser für Kauquappen und trocknen auch mal schnell aus. Sagen wir einfach, es ist nicht die beste Umgebung. Was würdest du in einer solchen Situation machen? Selbst wenn es in der Nähe einen guten Teich gibt, ist die Aufgabe nicht unbedingt einfach. Stell dir vor, du hast 4000 Kinder und musst so schnell wie möglich sie an einen sicheren Ort bringen. Und du bist nur ein Frosch. Aber wie ich bereits erwähnte, haben Ochsenfrösche für eine Amphibie einen ordentlichen Intellekt sowie Instinkte und Beine. Denn mit ihren kräftigen Beinen können sie einen Kanal zwischen zwei Gewässern graben, um so die Kauquappen zu retten. Außerdem scheint der Frosch ein gewisses Verständnis für Physik zu haben. Das Männchen wird so lange arbeiten, bis die Bedingungen einfach perfekt sind. Je breiter der Kanal, desto besser fließt das Wasser und desto einfacher haben es die Kauquappen wieder in einen neuen Teich zu gelangen. Ihr würdet mir doch zustimmen, der Ochsenfrosch hat den Titel Best Dad Ever gewonnen, oder nicht? Die Genialität der Ochsenfrösche endet jedoch nicht mit dem Schutz des Nachwuchses. Sie können auch hervorragend auf sich selbst aufpassen. Einer der natürlichen Lebensräume des afrikanischen Ochsenfrosches ist die Savanne. Das ist nicht unbedingt der feuchteste Ort auf dem Planeten. Wenn die Amphibie kein Wasser hat, schützt der Schleim auf ihrer Haut sie vor dem Austrocknen. Dieser Schleim hält aber auch nicht ewig. Der Frosch braucht immer etwas Feuchtigkeit. Und was, wenn das ganze Becken ausgetrocknet ist? Das ist kein Problem. Zuerst vergräbt sich der Ochsenfrosch bis zu 8 cm tief unter die Erde. Dann bildet er eine Schleimhaut, die sich zu einer Art Kokon verhärtet. In diesem Kokon kann der Frosch bis zu 7 Jahre lang bleiben und auf Regen warten. 7 Jahre! Donröschen aus dem Märchen schlief ganze 100 Jahre lang. Vielleicht war sie ja eine verbesserte Version eines Ochsenfroschs. Gewöhnliche Amphibien brauchen jedoch keinen Prinzenkuss, um aufzuwachen, wenn es regnet. Die Feuchtigkeit weicht den Schleimbeutel auf, weckt den Frosch und signalisiert den Beginn der Regenzeit. Wenn der Frosch wieder atmet, ist klar, dass es keine Zeit zum Schlafen gibt. Aber schon ziemlich seltsam, dass ein so cooles Raubtier, das sehr große Tiere einfach erschreckt, sich unter der Erde versteckt. Aber der Grund dafür ist ganz einfach. Der Ochsenfrosch wird erst dann richtig furchterregend und stark, wenn er seinen Nachwuchs beschützt. Wenn es keinen Nachwuchs gibt, scheinen auch seine Fähigkeiten stark zu sinken. Ja, aber der Frosch kann ja noch schreien. Er kann beißen und Gift benutzen. Aber das ist einfach nicht dasselbe, verstehst du? Etwas ähnliches passiert auch bei gestreiften Ochsenfröschen. Diese Art ist kleiner als der afrikanische Ochsenfrosch. Er lebt harmlos in Asien und wird eher Beute von Schlangen. Auch wenn das Gift der gebänderten Ochsenfrösche schwächer ist, scheiden sie ihre Substanz durch die Haut aus. Das ist für die Raubtiere ziemlich unangenehm. Aber Schlangen wissen, wie sie an ihre Beute herankommen, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Sie benutzen die Zähne ihres Oberkiefers, um den Bauch der Frösche aufzuschneiden und knabbern sich dann durch seine Eingeweiden durch. Was zum Teufel, was gibt es denn bitte Schlimmeres als das? Der Frosch kann ja noch eine Weile gut leben. Manchmal fängt die Schlange übrigens erst mit den Eingeweihten an und macht dann mit dem ganzen Opfer weiter. Warum also diese Reihenfolge? Vielleicht um die giftigen Substanzen zu vermeiden? Oder fressen Schlangen vielleicht einfach den leckeren Teil zuerst? Naja, egal, genug davon. Lass uns zu den Tieren zurückkehren, die man als perfekte Eltern bezeichnen kann. Sich um den Nachwuchs zu kümmern, scheint eine ganz natürliche Sache zu sein, sogar im Tierreich. Das überrascht niemanden, aber laut einer neuen Studie über Frösche konnten Tiere an so etwas gar nicht erst denken, bis sie erst am Lande gelebt haben. Die Evolution der Wassertiere, die begannen an Land zu leben, machten sie zu aufmerksamen Eltern. Die Logik der Wissenschaftler ist ganz einfach. Frösche und Kröten, die sich außerhalb des Wassers fortpflanzen, verbringen mehr Zeit und Mühe mit der Pflege ihres Nachwuchses. Wissenschaftler glauben sogar, dass es die elterliche Fürsorge war, die es den Tieren ermöglichte, das Land zu erobern. Je besser du dich um deine Nachkommen kümmerst, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie überleben werden. Und das alles nur um die Verbreitung deiner Gene. Es wird mehr Tiere deiner Art geben, wenn sich dein Territorium auch vergrößert. Nun, du weißt ja, wie das alles funktioniert. Andere Untersuchungen bestätigen diese Ergebnisse. Wenn sich die Männchen des Weißpunkt-Busch-Frosches um ihren Nachwuchs kümmern und ihn beschützen, steigt die Überlebensrate um 70%. Es ist schon schwer, mit solchen Zahlen zu argumentieren. Und wenn ich schon über den Schutz von Babys spreche, meine ich nicht nur die Art und Weise, wie Ochsenfrösche das tun, sondern auch, dass manche Amphibien ihre Eier ausbrüten, indem sie sich auf sie setzen wie ein Vogel. Der männliche Darwin-Frosch setzt aber noch einen drauf und trägt seinen Nachwuchs sogar in seinem Schleimsack, anstatt auf ihm zu sitzen. Andere Arten bauen Nester aus einer Art Schaumstoff, um ihre Eier sicher aufzubewahren. Es klingt seltsam, aber dieser Schaum schafft perfekte Bedingungen und schützt die Eier außerdem vor Krankheiten und Pilzen. Die Surinam-Kröte trägt ihren Nachwuchs auf dem Rücken und macht der Typophobie Angst, wenn es auch nicht mit Absicht ist. Die Männchen des glatten Wächterfrosches sind so sehr auf ihre Kinder fixiert, dass sie sich nicht einmal mit anderen Weibchen paaren, während sie das Gelege bewachen. Ja, andere Arten lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, ihre Gene an so viele Nachkommen wie möglich weiterzugeben, aber nicht diese Jungs. Außerdem fressen sie nicht und bewegen sich mehrere Tage kaum, nur weil sie ihren Nachwuchs bewachen. Um das herauszufinden, mussten die Wissenschaftler fürsörliche Väter mit ihren Kammers beobachten. Kannst du dir vorstellen, wie aufregend es ist, auf einen Bildschirm zu schauen, auf dem, nun ja, nichts passiert? Es ist, als würde dein Computer einfrieren und dann wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Wie dem auch sei, Frösche und Kröten sind wirklich coole Eltern, vor allem für Amphibien. Aber auch diese ganze elterliche Fürsorge hat eine Kehrseite. Schlangen, wie das Sprichwort schon sagt, können cool sein, wie sie wollen, aber was nützt es, wenn sie mitten in der Brutzeit aufgefressen werden können? Schließlich schreien Frösche nicht nur, um Raubtiere zu verscheuchen, sondern oft dient dieses Geräusch auch dazu, Weibchen anzulocken. Ja, wenn du ein eindringliches Quaken in einem nahegelegenen Teich hörst, ist das nur ein Froschtänzchen. Aber dieses Quaken lockt nicht nur Hobby-Naturfrosche und Kinder an, sondern auch Schlangen folgen diesem Geräusch. Es ist fast so, als würdest du hören, dass deine Bestellung im Café fertig ist. Du weißt sofort, dass es Zeit für einen Snack ist. Ja, so kann es passieren, dass der männliche Frosch statt eines Weibchens für einen schönen Abend auf ein hungriges Raubtier trifft. Nicht unbedingt das beste Dating-Szenario. Schlangen gelten eigentlich als eine der schlimmsten Feinde aller Amphibien. Viele Arten ernähren sich hauptsächlich nur von ihnen, während andere Amphibien nur bei Gelegenheit essen. Kein Wunder, dass Schlangen schon lange herausgefunden haben, wo sie einen Frosch fangen können. Und damit werden sie nicht aufhören. Sie fressen einfach. Selbst das Aufreißen von Froschmägen, an das ich euch nicht erinnern will, war den Schlangen nicht genug. Sie haben auch beschlossen, den Amphibien einfach das Gift zu klauen. Na gut, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt. Ich meine, sollten die Schlangen nicht selber mega giftig sein? Nun, es stellt sich heraus, dass nicht alle Arten das Glück hatten, von der Evolution die Fähigkeit zu erhalten, Gift zu produzieren. Also mussten sie kreativer werden. Diese Schlangen haben eine spezielle Drüse, die eine ätzende giftige Flüssigkeit abgeben kann. Durch das Kratzen oder Beißen von Falken oder anderen Raubtieren wird die Schlangenhaut höchstwahrscheinlich aufgerissen und dadurch wird der Angreifer vergiftet. Scheint logisch zu sein. Hier ist die Schlange, sie hat Giftstoffe. Was hat das aber mit Kröten zu tun? Doch als die Wissenschaftler mehrerer dieser Arten im Labor züchteten, stellten sie eine unerwartete Veränderung fest. Die meisten jungen Schlangen hatten bei Geburt nur wenig oder sogar gar kein Gift in ihren Drüsen. Sie sammelten das Gift jedoch schnell an, nachdem sie mehrere Tage lang an den Kadavern der giftigen Kröten gefressen hatten. Denkst du, das ist nur ein Laborfehler? Nein, es ist kein Zufall, dass Schlangen, die auf einer Insel ohne Kröten leben, weniger Toxine haben. Während Schlangen, die das gleiche Gebiet mit Kröten teilten, giftiger sind. Und klingt das nicht nach ziemlich vielen Zufällen? Es hat sich herausgestellt, dass sie die Amphibien einfach fressen, das Gift klauen und es selber ausscheiden, um nicht gefressen zu werden. Ein ziemlich komplizierter Plan, wie ich finde. Aber Wissenschaftler sagen, dass Schlangen vielleicht einfach keinen anderen Weg finden, das Gift auszuscheiden. Und warum sollten sie das tun? Es scheint doch eine super Sache zu sein und funktioniert hervorragend. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden, schreibt mir einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!